Jo, Leute, was geht? Ich bin Kevin Zett auf meinem Kanal. Mit dabei ist Niki Noki und iCrymax OG GTA 5 RP. Das ist natürlich nicht der echte iCrymax. Ähm, ja Freunde, wir werden heute eine Challenge machen, denn wir werden nach jedem Kill die Waffen mit dem Gegner tauschen. Wenn euch das Video gefällt, wie immer, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Ihr könnt auch gerne den Creator God Cash Game Item Shop eintragen. Jetzt los geht's in die Runde. Oh mein Gott, ich hab die krassesten Waffen für den Anfang. Oh mein Gott, ich hab ihn mit nem Schneid... Digga, was laber ich da? Mit nem Stein geholt. Ich hab auch einen gekillt. Mein Gott, wo ist der? Wo ist der? Darf ich ihn bitte killen? Da ist er, da ist er, da ist er. Hab ihn, jetzt hab ich ne Pump. Lass mal Granaten behalten. Ja, ja, Granaten sind Kleinigkeiten, hätte ich gesagt. Hab ihn. Nein, abgestockt, egal. Ich schaul ihn. Oh, bitte mein Kill, mein Kill. Nein, nein, hilf mir, hilf mir, hilf mir. Lila Linky, grüne Hebel. Ich hab den Auto. Ich hab so krasse Waffen. Nein. Hit. Ich hab ihn. Ich muss ihm ganz kurz sagen, dass ich... Der ist nicht gut, der ist nicht gut, aber ich werd so verliegen. Ich werd's auch verliegen. Okay, ich hab ihn hit. Der hat einfach das Video genau einfach im Schluss ist einfach machen. Ey, Kelska. Hab ihn. Stark, du musst jetzt ja nur nehmen. Aber der ist ein Freundschaftsling, Russik, 1, 1, 2, 2. Was? Er hat ne Boom-Sniper, wie schlecht. Ich weiß, damit hat er mich gekillt. Nein! Ey, vier Kills, Junge. Was hab ich grad angestellt? Ich hab drei. Ich hab ein. Oh mein Gott, ich hab die meisten Kills. Mit Pisteln kommt man nicht sehr weit. Kommt man auch nicht. Aber Leute, ich sag euch, ne, wenn jetzt jemand den abstopft, den Skill, ist ja egal. Meine Hauptsache, man holt ja epischer, ist so nett. Da ist noch einer. Ich hol ihn, ich hol ihn keine Angst, das ist für mich. Epischer ist immer das Wichtigste. Oh nein, ich hab... Hol zweiter, sind zwei. Okay, du hast einen Stark. Junge, ich hab so geile Mut. Ey, du musst die Waffen von ihm einsammeln, weil du ihn nicht. grad eben gekillt hast. Du musst die Waffen von ihm einsammeln. Welchen? Von ihm? Nein, von ihm, von ihm, guck. Von ihm? Okay. Darf ich aber ein bisschen Metz nehmen von ihm? Natürlich darfst du das nehmen, was keine Waffen uns so sind. So, der ist hier, der ist da, der ist ja nicht vernünftig. Jetzt werden wir dann seine ganze Sachen dazu, und ich mach ganz gut seinen Loot. Okay, nimm seinen Loot. Oh, der hatte von gutem Loot. Oh, der hatte von gutem Loot. Hier sind ja diese Gräber. Welche Gräber? Ich werd hier sein. Steigt ins Auto ein. Leute, steigt dann das Auto. Ich hab ein Jumpit. Nein, okay, hierhin, komm. Fahr in die Zone, aber. Ach so, soll ich fahren? Nein. Ich hab nicht gewusst, dass ich fahre. Alles gut. Komm, ich kann nimm dein Auto. Ich kann nicht einten. Wenn ich jetzt warte, der wird die Zone. Alles gut, geh weg. Ich hab gesagt, ich hab's hier. Ja, ich hab's hier. Ey, Niki, okay, hast du vielleicht Lüpf? Scheiße. Sorry, sorry, Jungs. Ich werd mit nem Lambo fahren. Ich werd schneller als ihr da sein. Wir machen Wettrennen. Ich hab schon nie gewohnt. Ja, bist schon da, Mama? Ja, okay, ich ging Niki-Noki. Wer wird schneller da sein? Ich bin zweiter. Was kannst du eigentlich? Scheiße, ich bin letzter. Okay, komm, komm, komm. Wollte ich ja eigentlich noch abholen, aber dann halt ich bin weg, dass du ein Auto hast. Komm, wie schnell ich bin, Deon, der krasseste Autofahrer. Äh, wusste ich gar nicht, wir sind die an deiner Gruppe beitreten. Scheiße, weil die deine Waffen ist so. Ey, hier waren wir mal in der Gruppe beitreten, aber ich weiß nicht. Oh nein, 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 ey, Mann, ich hab das wegen hierhin von mir. Das sind welche, das sind welche. Wo? Wir werden die gemeinsam pushen. Schau, was sie mir. Aber hier hat die noch Biggie, ich hab die noch Biggie, ich hab nur, ja, ja, ich hier nimm, ne, Mama. Hier, da, 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 da. Ach, scheiße, aber ich hab zwei lila ne Waffen, ich will die bitte nicht wegnehmen. Ey, Jungs, Jungs, soll ich mal was sagen? Ich will eventuell sein, hier. Soll ich einen killen, soll ich den killen? Ich, hit, 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 mein kill. Stellt euch mal kurz vor. Ja, meiner, 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 ey, bitte schau, ich hab den hintergegeben. Ich werd safe so. Mein Freund will beitreten, aber ich kann nicht. Ich nehm ja grad mit dir ein Video. Vielleicht kann ich ihn nach der Runde einladen, dann können wir vielleicht Teams spielen. Scheiße, das ist aber zu weit weg, weil sonst krieg ich nicht mehr seinen Loot. Jaja, egal. Oh, wie lieb's schon? Ja, wir holen ebischen safe. Ey, das ist ne echt gute Runde. Hier sind noch ganz viele, hier sind ganz, ganz viele. Das ist ja ne gute Runde. Oh, nein, nein, ich nehm, ich nehm hier den, ich nehm hier. Ich gehittet. Ja, ich hab's gehittet. Ja, ey, so hart gehittet. Ey, Amma, 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 komm hierhin, komm hierhin. Nein, nein, nein. Wee, Manny. Ja, wir holen ebischen safe. Oh, nein, nein. Ich kann nicht sagen, das war ne sehr gute Runde. Ey, kannst du mir ganz, ganz kurz was sagen? Ja, sag. Okay, Leute, ich bitte euch, bitte. Wir müssen die 20 Likes schaffen. Wer von euch Ehre hat, bitte ein Like, die können mich gerne ändern. Also, ich weiß nicht, also, die können auch gerne Cash, aber wenn Cash so viele Freunde hat, die können gerne auch uns ändern, ne, Cash, dann können wir auch trotzdem mitspielen. Ja, ja. Ja, Leute, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Niki-Noki, möchtest du was sagen? Nein. Äh, ja. Und sagt in die Kommentare, äh, ähm, Cash guy ist der größte Ehre, Mann, schreiben. Ja, Freunde. Äh, so Leute, ich bearbeite gerade dieses Video. Ich bin eigentlich fast schon fertig, aber Niki-Noki hatte gestern Geburtstag. Deswegen habe ich ihm auch gestern etwas aus dem Itemshop für 200 V-Bucks geschenkt. Schreibt mal alle in die Kommentare. Alles Gute zum Geburtstag, nachträglich für Niki-Noki. Er würde sich sehr dolle freuen, Leute. Deswegen macht das alle. Äh, ja. Und jetzt gönnt euch seine Reaktion richtig sympathisch. Leute, ich schenke ihm einfach diesen 200-Tanz. Sieht echt nice aus. Okay, Niki-Noki hat ihn nicht. Hat ihn nicht. Bankfrühungsoption. Ich hätte gesagt, blau. Ich bin wieder da. Er hört mich nicht. Geschenk kaufen, let's go. Let's go, Leute. Warte, warte. Hallo. Okay, auch Freunde. Bist du da? Wir gucken jetzt seine Reaktion an. Äh, ja, ich bin da, hallo. Ich bin da, ja. Ja, okay. Oh, ich habe ein Geschenk bekommen. Ja, von wem? Oh, Junge, danke. Bitte. Ja, okay, ich habe dir auch was aufgekränkt. Jetzt hast du mir was geschenkt. Danke. Ja, ich habe halt nicht so viel Rebugs. Danke. Bitte, bitte. Das sieht sofort aus. Nice. Okay, ciao, ciao. Tschüss. 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 Tschüss.